Eine genaue und einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung über den Art of Following Manager bekommt ihr jetzt sofort. Herzlich Willkommen, liebe gleiche Sinter, liebe Community. Ich werde mich jetzt mit diesem wichtigen Tool beschäftigen. Das funktioniert tadellos. Sehr, sehr gutes Tool. Ich bin sehr zufrieden und überzeugt. So, fangen wir sofort an. Wir haben beim sogenannten Following Manager zwei wichtigen Punkte. Als erstes haben wir das Hauptkonto, den sogenannten Provider und das sogenannte Follower oder die sogenannten Follower-Konten. So, die hier unten kopieren von dem hier, vom Hauptkonto. Das ist klar. Einfach zu verstehen. So sieht mein Following Manager aus. Ich habe ein Hauptkonto, hier ganz oben. und eins, zwei, drei, vier Echtgeld-Konten und die alle kopieren vom Hauptkonto. Das ist die generelle Struktur. Wichtig, es gibt auch zwei Kopier-Modi und es gibt kleine Unterschiede hier. Ich nutze das hier. Meine Positionen werden kopiert, immer wenn ich auf dem Hauptkonto eine Order platziere. Das könnte eine Limit-Order sein, das könnte ebenso auch eine Market-Order sein. Das heißt, in diesem Modus werden nur Positionen kopiert. Das heißt, wenn Sie beispielsweise eine Limit-Order platzieren, wird diese nicht auf dem Follower-Konten angezeigt. Wenn aber das Limit jedoch ausgeführt wird auf dem Hauptkonto und die Position eröffnet wird, werden auch Positionen auf den Follower-Konten durch eine Market-Order eröffnet. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Hauptkonto eine Order platziere, eine Limit-Order, dann sieht man diese auf den anderen Konten nicht, auf den Follower-Konten nicht. Sobald die Limit-Order auf mein Hauptkonto ausgeführt wird, bekommt man sofortige Ausfüllung bei den Follower-Konten. Der Unterschied ist hier, wenn ich Orders auswähle, werden nur, aufpassen, Orders und Aktionen mit Ihnen kopiert. Das heißt, wenn Sie eine Limit-Order auf den Provider-Konten platzieren und diese dann auf einem neuen Preis verschieben, kopieren die Follower-Konten diese Aktionen. Wenn Sie jedoch, aufpassen, separat etwas auf den Follower-Konten vornehmen, berücksichtigt Copy-Trading diese Änderungen nicht und kopiert weiterhin alle Aktionen des Providers. Bedeutet, wenn ich jetzt als erstes auf dem Hauptkonto, auf dem Provider-Konto, eine Limit-Order platziere und diese dann im Endeffekt verschiebe, beschiebt sich das auf den Follower-Konten mit. Wenn ich aber auf das Follower-Konto die Limit-Order verschiebe, werden diese Änderungen tatsächlich vom Hauptkonto, vom sogenannten Provider, nicht berücksichtigt. Macht das Sinn? Wenn es nicht nachvollziehbar ist, bitte um einen Kommentar. So, jetzt möchte ich mich mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung tatsächlich beschäftigen und zeigen, wie das Ganze abläuft. So, ich werde jetzt alles löschen. Ja, das absolut Erste, was wir benötigen, ist eine neue Gruppe. Wir klicken unten auf Add Copy Group oder eine neue Kopiergruppe hinzufügen. Und da sieht man auf der linken Seite wieder den sogenannten Provider, Hauptkonto hier links und auf der rechten Seite sieht man die sogenannten Follower, die hier kopieren von dem Hauptkonto, immer ohne Ausnahme. So, von welchem Konto möchte ich jetzt kopieren, sozusagen? Das ist hier mein Hauptkonto in USD. Das sind alle Echtgeldkonten von diesem Konto hier. Settings. Was möchten wir kopieren? Positionen oder Audits? Positionen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die Notifications, also Benachrichtigungen, zu aktivieren. Manual Confirmation brauchen wir nicht unbedingt. Ja, jetzt wird es interessant. Auf der rechten Seite brauchen wir jetzt unsere Followers. So, wir klicken hier einmal drauf. Dann auf der rechten Seite wählen wir alle Konten aus, die vom Hauptkonto kopieren werden. So, das ist mein erstes Konto. Dann klicken wir hier auf der rechten Seite auf das kleine Symbol plus. Dann noch einmal Choose an Account, also Konto auswählen. Das ist mein nächstes Konto. Ich habe noch zwei Konten. So, wir haben hier die sogenannte Ratio-Funktion. Das ist schon klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Hauptkonto mit einem Kontrakt traden möchte und diesen einen Kontrakt auf jeden Fall kopieren möchte auf die Follower-Konten, dann lassen wir das einfach jetzt so. Das ist die Ratio. Die sogenannte Ratio. Dann klicken wir auf Add oder hinzufügen. Ganz wichtig, wenn wir die Plattform öffnen, müssen wir immer auf der linken Seite klicken, um den Following Manager zu aktivieren. Das ist auf Englisch Run, Copy, Group. Das machen wir einmal. Das muss alles grün aufrechten. Und sobald ich jetzt eine Order platziere, wird diese Order ebenso auch kopiert. Chart Trader öffnen. Ganz wichtig ist es hier, den Provider zu haben. Unter Chart Trader immer das richtige Konto auswählen. Das ist unser Hauptkonto. Von diesem Konto wird es kopiert. Ja, das ist hier mein Konto. Das ist mein Hauptkonto. Das haben wir schon eingestellt. Und sobald ich hier eine Limitora platziere oder sofort per Market einsteige, wird das Ganze sofort kopiert. Soviel dazu. Wenn ihr Fragen habt, stellt diese bitte in die Kommentare. Ich stehe sehr, sehr gerne zur Verfügung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.